Solidarität durch Sport Der Berliner Schachverband lädt gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Marlene Schönberger zu dem Event Chess for Solidarity – The Missing Player ein, um sich zu einer politischen Gesprächsrunde und einem anschließenden Schachsimultan zu treffen. Sport hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Sport bietet die Möglichkeit, dass Leute zusammenrücken, sich die Hand geben, gemeinsam spielen oder Sport treiben. An diesem Abend kommen besondere Gäste aus dem Schachsport und der Politik bei einem Roundtable zusammen und sprechen über den Angriff der Hamas auf Israel im Oktober des vergangenen Jahres. Mit Chess for Solidarity – The Missing Player möchten wir darauf hinweisen, dass bis heute über 100 Menschen, über 130 Menschen als Geisel in Gefangenschaft der Hamas sind, die seit über 150 Tagen jeden Tag diesen Horror durchmachen müssen, wo man nicht weiß, ob sie wieder freikommen werden, worauf wir sehr hoffen. Den Höhepunkt des Abends bildet die Simultanvorstellung durch Judith Polger, die nicht nur als spielstärkste Frau der Schachgeschichte gilt, sondern gemeinsam mit ihrer Schwester Sophia ein großes Vorbild für Frauen im Sport ist. Das ist das Schöne am Schach. Es bringt Menschen zusammen, verschiedene Nationen, Mädchen und Jungen. Es kann jemand vier Jahre oder 120 Jahre alt sein. Jeder kann Schach spielen. Die Schwestern spielen jeweils an 20 Brettern gleichzeitig gegen eine bunte Mischung an Teilnehmern. Die Berliner Meisterin Madia Fock ist eine der letzten Gegnerinnen von Sophia Polger. Das war auf jeden Fall sehr aufregend, weil es sind ja auch Frauen, also sollen für mich auch als Frau ist es halt sehr spannend. Ich hoffe, mache ich das auch so gut. Das Event bringt nicht nur wichtige Vorbilder aus der Politik und dem Sport zusammen, sondern signalisiert, dass Kämpfe nur auf dem Schachbrett ausgefochten werden sollten und betont die Notwendigkeit von Solidarität im und durch den Sport.